hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge winkelte so wir müssen hier mal ein bisschen wir haben ja nur noch zwei stück drei stück raus sehr schön hier dann gepresster hustinetten bär der muss natürlich auch noch raus dann hier einmal und muss selbstverständlich auch dann was haben wir hier noch haben wir unter umständen vielleicht ja wir haben sogar noch kochen da das bedeutet wir können hier haferbrei können wir mal machen wir machen mal drei haferbrei drei haferbrei ist gut dann haben wir wenigstens wieder fünf so schön hier durchgedrückt jawohl wie sieht es aus mit der kich mit der kich sieht es ganz gut aus da können wir mal den hier ich können wir einmal raus dann haben wir noch zwei die uns zu groß sind was können wir denn ansonsten noch tun eigentlich nicht mehr besonders viel aber wir können mal eben eben kurz mal schnell sagt die kunden machen wir auf natürlich und dann können wir mal hier hingehen beziehungsweise wir können hier auf kaufen dieses teil hier mach mal den da machen wir mal so dann machen das baum hinweg und dann hauen wir hier die zwei kartoffeln rein dann sind wir wieder so weit dass wir rennen können hervorragend ist das nicht schön ein bisschen geld auf der seite das ist das ist schön dass das gefällt das ist in ordnung dann würde ich sagen packen wir uns mal hier unsere unsere tonne unsere tonne die klatschen wir form schön hierhin hallo warum schön dahin habe ich gesagt ja wohl sehr gut und dann würde ich sagen wir kaufen uns hier für draußen einfach nur damit wir sehen ob das ob das richtig gut funktionieren tut und so würde ich sagen kaufen uns hier so ein so ein elendstisch ja so ein oder den würde ich sagen den stellen wir hier so kannst du da mal loslassen danke hier so würde ich sagen stellen wir die mal hin und dann gehen wir dahin machen zu und dann würde ich sagen da verkaufen wir keine ahnung holz so ok holz wird draußen gelagert das kann man machen das ist vollkommen in ordnung was fehlt uns hier hier fehlen uns kartoffeln aber auch das ist nicht wild wir gehen mal hierhin kaufen uns kartoffeln wo sind die kartoffeln da sind kartoffeln die gehen gerade die hauen wir einmal hier einmal dann hauen wir die kartoffeln rein dann schauen wir hier ist alles drin da ist alles drin da ist alles drin eigentlich sind wir ja momentan das tränke paradies aber das ist auch vollkommen in ordnung und dann würde ich sagen wir öffnen unseren laden oder was meint da ich würde sagen wir machen das mal hier kommt aufmachen da sind die beiden damen die wollen natürlich sofort bezahlt werden und sind natürlich erst nach dem ersten kunden da so dann gucken wir hier mal ich habe nämlich gesehen schaut mal hier drüben da steht es verkaufe holzdorf oder kohle im winter habe ich noch gar nicht gesehen nur 18 tage verbleibend so wie sieht es da drüben aus da drüben sieht es ganz gut aus da kann man mal da kommen die leute kommt herein geht hin so hier gemüsehändler was verkauft du verkaufst du verkaufst salbei aber sehr teuer kartoffeln ja bräuchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht aber wie sieht es denn aus drei sachen können wir kaufen hier werden wieder lavendelsamen in ganz gut kamillesamen werden oder spargelsamen in lila spargel gut nein du hast tatsächlich nichts dabei was mich jetzt interessieren könnte deswegen kannst du gehen so da sind unsere damen die sind unterwegs ähm ja wollte gerade sagen da ist doch schau mal hier kauf doch holz die möchte nicht wir gehen mal hier auf schließen gehen hier hin kartoffeln die gibt es hier ich weiß dass es die hier gibt hier sind sie gerade sogar relativ teuer ich hoffe dass da noch ich hoffe dass der noch kommt bevor oh menü ladenstufe 25 menü es gibt nur noch eine sache die wir lernen können und das ist hier die schmiede wir schalten sie frei jawohl und dann haben wir eigentlich alles oder ich meine hier gibt es noch ein set aber das können wir noch nicht dieses set ist noch ah schiss heißt auch oder egal kommt hier wir schalten es frei ja mach komm läuft ist der schon da nein der ist noch nicht da schließen da ist er da kommt er jetzt können wir ihm die kartoffel verkaufen dann können wir hingehen und dann können wir holz kaufen wir kaufen wir kaufen alles an holz wir kaufen hier jetzt alles an holz wir kaufen hier kaufen wir jetzt auch mal holz nochmal hier so bei zwei oder bei zwei mal hier zehn stück zack haut ruf da holz ist schon durch wie viel haben wir haben wir hier schon was verkauft nein haben wir nicht irgendwie will keiner das holz haben vielleicht weil es draußen gelagert wird ich weiß es nicht unter umständen wir können mal hier hingehen können sagen hier schön dass du haben wir hier irgendwas noch doppelt und dreifach hier da schmerzhalbe können wir mal rausnehmen da können wir stattdessen können wir holz reinlegen äh nein können wir hier bitte dankeschön ich verkaufe dir diese schuhe gerne und ich verkaufe dir diesen trank sehr gerne das ist überhaupt kein problem kommen die beiden damen jetzt doch nicht mehr nach das wäre unschön würde ich sagen ja die nehmen wir die nehmen wir gerne da haben wir kein problem mit kartoffelsamen brauchen wir es nicht lavendelsamen brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht blaubeeren auch nicht spargeläpfel wo äpfel wären äpfel können wir nur das kaufen hier hin dann können wir mal daran wie sieht es denn hier aus schlafpunkt bräuchten wir noch mal zwei stück kommen wir direkt durch wie sieht es hier aus der verjüngungstrank ja komm ich würde sagen drei haben wir wir machen mal zwei nochmal nach und natürlich der liebestrank der liebestrank geht ja auch relativ gut immer noch voll der verkaufsschlager da hatten wir mal mehr da ich würde sagen wir nehmen mal so so da kommt schön raus jawoll schön gut und zackig haben wir irgendwas an holz oder so verkauft nein haben wir natürlich nicht hervorragend so die damen wie sieht es aus sieht okay aus danke wow tagesbilanz minus naja gut wir haben auch für über 600 Zeug gekauft ne darf man jetzt auch nicht muss man so jetzt auch sehen so da sind kartoffeln da sind kartoffeln die wir ernten können zack einmal raus einmal rein dankeschön jawoll hier sind wieder hier wäre das hier wäre einmal zum gießen hier wäre zum gießen diese natürlich auch zum gießen einmal zweimal hier auch bitte einmal sehr schön da haben wir getreide aber getreide ist glaube ich momentan gar nicht so wichtig nein nicht wirklich dann einmal hier geht da rein so wir haben keine gemüsesuppe mehr habe ich das richtig gesehen habe ich richtig gesehen ne ich würde sagen wir machen direkt 10 Stück 10 mal gemüsesuppe direkt drisch raus macht tour er sehr gut ja so gleich nochmal level nochmal level hau es durch so muss das sehr schön dann hier hin denn wir benötigen natürlich diese holzschuhe da machen wir mal zwei stück ja nimm bitte das normale holz her das ist super gut hier brauchen wir auch einmal das machen wir natürlich hier brauchen wir auch einmal auch das machen wir wie sieht es aus mit hüten hüten sehen gut aus den haben wir auch können wir machen handschuhe können wir auch einmal machen sehr gut dann haben wir wieder von allem etwa 3 da haben wir 5 da haben wir auch ein bisschen jo sehr gut sehr schön durchgelaufen aber ich würde sagen wir machen das mal anders und zwar ach wir haben hier schon einmal holz reingelegt wieso geht hier nicht jetzt ist die suppe wieder drin sehr schön und ich würde sagen wir öffnen direkt wieder ja da ist die kohle für die zwei damen schon weg so da ist sie lady nummer 1 und dann natürlich gleich die zweite dame auch und da will er direkt zum holz hin ja er schaut sich's an aber er geht wieder so wie sieht's hier aus komm greifen sie zu das ist das gute holz das ist das lilan das brennt auch viel länger aha ja ja nee nee ja ich wollte gerade sagen es hätte viel länger gebrannt aber man möchte natürlich nicht lobke ist aufgestiegen und erwartet mehr lohnen ja gleich lobke einen augenblick bitte mir ist gerade aufgefallen wir haben vergessen hier tuniken herzustellen oder es sind schon zwei verkauft worden ist natürlich beides möglich da haben wir es und dann möchte die dame mehr lohnen oder sind nur blaue ne fünfer traglast sechster traglast was machst du fünfer traglast level 1 was die kosten 19 ne die kosten 19 ist naja egal so hier haben wir Lohn lobke erwartet mehr Lohn lobke bekommt 30 verdient 31 ich würde sagen die lobke kriegt 35 akzeptieren sehr gut wie sieht es mit Diana aus hat die jetzt wieder bessere Laune natürlich nicht ja warum auch hier Lohn hier mach mal okay das ist das ist Maximum 10er 10er mehr hier mach mal mach mal so hier 45 46 das ist 5 mehr habe ich das abgebrochen ich habe das abgebrochen hier 46 akzeptieren sehr schön dann einmal raus du hast gern wolle haben wir keine mehr doch hier bitte verkaufe ich da doch gerne die Damen wie sieht es aus oh hier gibt es hier gibt es einen guten Umhang einen guten Umhang zum guten Schnitt da könnten wir hätten wir zuschlagen können hier Leder Leder schlagen wir auf alle Fälle zu Hose schlagen wir nicht zu Gemüsesuppe auch nicht bei Wolle bei Wolle schlagen wir mal zu hier so bei Holz hätten wir 5 das will niemand das will doch keiner haben okay dann kaufen dann kannst du auch wieder gehen wie sieht es jetzt aus ist schon Holz irgendwo verkauft worden kein Holz verkauft gar nichts wie ist es eigentlich wenn ich jetzt hier hingehe und sage ich kaufe keine Ahnung 2 Torf die bestellen wir jetzt mal so hier komm rein komm näher ja schön da kommt der Typ der uns den Torf liefert dann schauen wir mal du möchtest das Holz nicht haben dann gehen wir mal hier hin packen das Holz raus und schlägen da dafür den da legen wir jetzt den Torf hin so was möchtest du hier du möchtest oh Weizensamen komm wir nehmen mal 4 Stück mit oder was soll es da Wendelsamen hast du keine guten Blaubeersamen hättest du echt gute ah die sind immer so schwierig ne weil du weißt halt du musst das alte Zeug wegschmeißen da ist das immer immer gar nicht so einfach komm hier wir nehmen wir nehmen da 4 mit ich weiß das kostet das ist jetzt richtig richtig teurer Einkauf ja komm hier jetzt hau ab hast grad richtig Asche gemacht hier du hast hier grad richtig Asche gemacht Kollege hier nimm doch verkauf das doch alles gut alles gut alles schön hier Mädels wie schaut's aus läuft da was ja schon ein bisschen ne also ein bisschen ein bisschen würde schon gehen und da können sie nach Hause das ist natürlich sehr schön wie sieht's eigentlich aus wenn die jetzt raus sind und okay haben wir ein bisschen Geld gemacht also wir brauchen 500 brauchen wir über wenn wir jetzt auf kaufen gehen wir gehen mal auf kaufen und dann gehen wir mal hier hin und dann gucken wir aber hier ist ja die hier ist die Schmiede die kriegen wir niemals da hinten rein never richtig niemals nie und nimmer hier könnten wir die wir könnten die direkt einfach so mitten in den Raum reinstellen wollen wir aber glaube ich jetzt auch nicht wirklich oder das nee nee das das irgendwie sieht das nicht aus ja wir können die wir können sie noch nicht aufstellen das hilft halt nicht wir können es halt einfach noch nicht aufstellen leider was wir allerdings machen können dass wir können mal hier auf kaufen gehen und können dann hier auf die Dekoration Dekoration ist immer schön so was können wir hier da ist ein Schneiderregal da sind Büsche da ist ein okay ich würde sagen das sieht gut aus das kann man machen oder wir stellen das mal da hin dann haben wir die Attraktivität wieder erhöht dann nehmen wir mal den ja der passt da natürlich nicht rein aber das ist gar nicht so schlimm oder also schlimm an sich ist es ja eh nicht aber was können wir tun um boah Schafsfellteppich so so hin da ist ein kleiner runder Teppich gibt es hier eigentlich hier gibt es so einen kleinen Hocker ja so für den Mann der wartet während die oder nee da nehmen wir nicht nee da nehmen wir nicht den Hocker da hier komm verkauf den hier so passt auf wir stellen den mal so hin so dann kann er kann er seiner Frau beim Umziehen zugucken nein ja genau das wollte ich nicht so hier so ja da hin da bitte einmal hinstellen sehr schön so sieht das doch aus Wintergirlande eine Wintergirlande ich weiß ja nicht ich bin mir da jetzt ich bin mir da jetzt eher unsicher was wir allerdings halt 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 was wir natürlich tun können und zwar einfach nur weil ich finde dass es ultra dunkel ist und so wir können den mal da hin hängen beziehungsweise wir können den mal da außen hin hängen dann haben wir voll gut Attraktivität und so waren wir schon gießen ich glaube wir waren schon gießen ne das ist ja hammermäßig und dann würde ich sagen können wir den Laden auch direkt wieder eröffnen bitte kommen sie rein halt stopp wir müssen hier zumachen dann müssen wir bezahlen dann sind wir wieder richtig arm aber ist nicht schlimm stopp 13er Attraktivität voll gut und so ey 13er Attraktivität so wie sieht's aus kommt kauft kauft und macht und tut kommt herein und füllt die Bänke oh du hättest gerne Suppe ne ja komm da ist aber gleich wir wollen gerade sagen die ist aber doch gleich drin ne was ja du hättest gern das das kannst du haben du hättest gern das das kannst du auch haben alles kein Problem kommt näher kommt ran ok kommt jetzt aber keiner ne warum nicht nimm das jetzt oh jetzt gibt's Missgabeln bald jagen sie uns mit Schimpf und Schande aus der Stadt also wissen wir das auch ne Alraune ist mir bei dir zu teuer Leder das ist falsche Leder das hab wohl da nimm mal keine Ahnung wir haben wir haben keins mehr nimm mal 10 Stück kaufen verdammt wollte ich gar nicht wollte noch durchgucken naja egal alles nicht so schlimm da Torf können wir hier Kohle kaufen nein wir können nur Torf kaufen wir können keine Kohle geht nicht ne ne Kiesch hier Weitennägel ne 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 da geht da geht so her leider noch nicht allzu viel so kommt näher kommt herein macht nur kauf hier wie sieht's aus wer bist du Albert bist du mein Gott du siehst ja geehrt sieht auch ganz anders aus ne so was hast du du hast Salbei 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 nehme ich bitte gerne Wolle kann ich jetzt nicht so schmerzhalbe auch nicht Alraune ist ultra teuer gerade nö dann kaufen wir wohl nur nur das hier Holz naja wir haben noch Bier wir nehmen mal so kauf das dann hast du wieder ein bisschen Geld sehr schön so wie sieht's aus saß schon jemand auf dem Stuhl nicht ne gar nichts ok wir haben Seide haben wir das weiß ich verkauft das haben wir beides nicht das weiß ich auch können wir bitte da ich glaube wir haben keine Äpfel mehr so wir müssen warten ob der jetzt noch kommt da ist er ich hoffe wir kriegen's noch durch komm keep up jetzt halt einmal zweimal die nehmen wir natürlich noch mit also die Kohle nehmen wir gerne noch mit so wie sieht's aus wir haben eins verkauft im Winter eins wow das musst du auch erst mal das musst du so auch erst mal hinkriegen ne lasst uns mal wir haben ja das hier das gibt's Regal Tisch Tisch die Tische kosten immer das gleiche sehen nur anders aus die geben halt mehr Attraktivität ok wir probieren mal was aus ja wir probieren mal was aus wir gehen mal hier raus wir gehen mal hier raus ich dachte jetzt so für außen und so wäre das vielleicht eine Sache aber offensichtlich nicht wir gehen hier hin dann verkaufen wir den und dann nehmen wir ok der hat 10 der hat auch 10 ok der hat auch 10 also es macht auch daher echt keinen Unterschied ne ne gar nicht es sieht einfach tatsächlich nur anders aus nicht mehr und nicht weniger also wenn wir jetzt hier hingehen farbiger Tisch ne stellen wir den da hin zack zack und dann hauen wir da unseren unseren Torfuß drauf zack haben wir so und dann hier durch so dala was benötigen wir wir benötigen diverses hier handschuhe zweimal ne rück durch haben wir holzschuhe zweimal rück durch die schuhe nicht hose hätten wir gebraucht da brauchen wir einmal gut brauchen wir einmal und dann brauchen wir leinen und zwar nicht zu knapp allein ist natürlich weiter oben wer hätte es gedacht und angebaut habe ich natürlich auch noch nicht ne ganz ganz klasse das zeug ist so teuer sechs sieben acht mal dann hier runter hier rüber dann brauchen wir zweimal hose und wir brauchen zweimal das hier jawohl haben wir auch dann bräuchten wir einmal mäntelchen was wir nicht mehr haben nicht so schlimm das bedeutet wir gehen hier lang und dann hier nach draußen und dann haben wir hier blaubeeren die wir nicht benötigen aber wir haben hier auch zum gießen nochmal es steht zumindest alles in hier kartoffeln brauchen wir kartoffeln brauchen wir ok und dann brauchen wir kaufen und dann kann der hier der kann weg und der kann auch weg und dann benötigen wir hier den da einmal dahin und ich würde sagen einmal hierhin ich würde sagen einmal hierhin dann bitte hier raus dahin dann hierhin rein damit jawoll sehr schön ist drin dann hier zweimal noch zweimal sehr gut haben war ist durch ich weiß gar nicht was ist denn doch da einer ach der war schon lilla ok gut dann können wir den auch ernten können dann auf kaufmenü gehen verkaufen den gehen dann hierhin kaufen einen langen da kaufen wir einen langen dann hier raus hier rein jawoll und dann würde ich sagen knallen wir die dahin jawoll haben wir dann würde ich sagen ernten wir die hier haben wir auch dann gehen wir hierhin machen den da hauen den weg gehen hierhin machen das so gehen da wieder raus und dann das da jawoll haben wir sehr gut haben wir sehr gut dann hier rum hier rüber hier haben wir keine mehr nein haben wir nicht wir laufen mal hier rüber und dann gehen wir dahin ernten das weg gehen hierhin klatschen die da rein machen wir so jawoll und dann gehen wir auf Rad und zwar auf das Inventar richtig dann hierhin bitte löschen lösche alle löschen und dann was hatten wir noch die bärchen hatten wir noch wo sind die wo sind die samen der der hust die netten bären man teile es mir mit hier auch diese löschen wir auch zwei stück löschen danke schließen und dann würde ich sagen haben wir dann alles gemacht getan und gegossen ich glaube wir haben dann alles gemacht getan und gegossen das sieht sehr schön aus da können wir dann gehen wir mal hier rein hier rum hier rüber und wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit dass wir hier können wir hier natürlich noch mal mindestens einen Brei herstellen das machen wir auch gleich dann einmal hier hin da würde ich sagen benutzen wir wollen wir wirklich die Bohnen benutzen ich weiß nicht eigentlich möchte ich das nicht eigentlich möchte ich hier noch mal raus und dann hier runter und dann möchte ich eigentlich den hier und den hier möchte ich eigentlich ernten wenn ich ehrlich bin einmal hier rein Dankeschön dann einmal hier rein jawohl das läuft ganz gut jetzt sind wir überladen aber das ist nicht schlimm weil wir packen es ja gleich wieder in der beziehungsweise in der jemüsesuppe da wird es ja gleich wieder ein bisschen rausgetroffen also da das haben wir ja gleich so zahle 666 silberlinge schulden hier wollen wir hin genau und zwar zu dieser suppe wollen wir da hin hier hier und da würde ich gerne zwei stück herstellen ja schau die mal durch dankeschön da geht nämlich ganz ordentlich ja vorrangig wie sieht es hier oben aus da oben sieht es so aus als ob wir hier für diesen trank auf alle fälle brauchen wir den noch und zwar ich würde sagen vier stück brauchen wir schon das sind die die uns da flücken gehen jawohl dann hustinetten beeren saft brauchen wir auch mindestens zwei geht aber nicht weil wir keine alraunen mehr haben dann stellen wir den einen her dann können wir auch keine schmerzhalbe mehr das heißt wir müssen hierhin und alraune kaufen auch wenn das super schmerzhaft ist aber das brauchen wir denn wir brauchen schmerzhalbe hallo was fehlt uns für die schmerzhalbe noch uns fehlen die hier für die schmerzhalbe oder schmerzhalbe jawohl da fehlen uns die bedeutet bedeutet wir werden jetzt gleich wieder auf dem zahnfleisch zurück riechen weil wir hier uns zeug holen einmal hier einmal hier dann einmal hier rein alles schön anpflanzen jawohl dann einmal raus dann hier rein und alles wieder rein jawohl ich würde sagen das läuft also das geht richtig gut dann können wir hustensaft könnten wir noch herstellen schmerzhalbe können wir herstellen schlafzhalbe müssen wir herstellen da können wir nämlich auch nicht mehr viel von dem schlafzlunk aber ein bisschen was geht noch wow hammermäßig ja das mit das ist wahrscheinlich was was wir auf die schnelle nicht los werden wir brauchen schmerzhalbe viermal schmerzhalbe drisch das durch bitte danke und dann hier düstensäfte brauchen wir auch noch und hier brauchen wir auch wenn wir jetzt den nehmen dann okay wir machen das mal so wir machen mal vier wir dreschen die vier so durch eiskalt wow okay haben wir dann das hier dann brauchen wir hier noch den dann brauchen wir auch noch zwei stück auf alle fälle und dann haben wir von jedem fünf das ist einigermaßen einigermaßen glaube ich zu verschmerzen hier den können wir nicht weil wir kein Leinen haben ich hoffe wir bekommen noch Leinen aber jetzt würde ich sagen jetzt Leute würde ich sagen ich wünsche euch einen wunderschönen was auch immer ihr gerade habt wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vergesst nicht zu bewerten bis dahin und ciao